Das war jetzt meine dritte Fashion Show und ich glaube, die kann man gar nicht toppen. So viele Promis, so viele tragbare Mode, einfach nur sexy, sexy Menschen, coole Getränke und meine schöne Begleitung hier. Mit der werde ich jetzt sprechen. Das bin wohl ich die schöne Begleitung. Ich habe zwei schöne Begleitungen. Ja, ich bin auch begeistert mit meinen beiden schönen Begleitungen. Also immer wieder schön mit hübschen Frauen mich zu zeigen. Also ich liebe es. Die Fashion Show war super. Also ich war ganz begeistert. Ich war gerade dieses Jahr wirklich auf allen Fashion Shows eingeladen. Also auf der Fashion Week in Berlin, jetzt auch nächstes Jahr wieder beim RTL Charity Fashion Event und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, also teilweise war es sehr befremdliche Mode. Aber gerade als es kam mit der Trachten-Mode, war ich völlig begeistert. Oh, hat doch ein bisschen. Und ich finde, es passt. Ja, und ich finde, es passt zu München. Das wollte ich gerade sagen. Meine Damen haben es hier schon vorher gesagt. Und das weiße Dirndl mit dem Blink-Blink, das möchte ich zu meiner Hochzeit tragen. Das kann ich nur bestätigen. Ich würde mir Almira gerne in diesem Dirndl vorstellen. Es war herrlich. Also es war wirklich schön. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, geladen zu sein. Und eine tolle Party, eine schöne Show und alles gut gelaufen. Das hast du aber gut gesagt, Schatz. Ja. Und von dir auch? I'm in love. Herzlich Willkommen zu Monaco Deluxe. Hier sind wir direkt vor der Turnhalle in München. Und hier findet heute die Secret Fashion Show statt. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt zusammen gemeinsam näher an.